Das Leben ist wie eine Reise und dennoch sehen wir uns unglaublich oft nach diesem Ausbruch aus dem Alltag, wenn die Last des Alltags mal wieder einen nach unten drückt oder man irgendwie das Gefühl hat, in einem Hamsterrad gefangen zu sein. Doch wir müssen gar nicht auf die nächste Reise warten, denn ganz viele Aspekte, die man auf Reisen empfindet, kann man auch in seinen Alltag integrieren. Ich möchte Dir meine drei wichtigsten Erkenntnisse in dieser Podcast-Folge teilen, die ich vom Reisen gelernt habe. Herzlich Willkommen beim Intuitionsgeflüster. Mein Name ist Christine Ahndt und als professioneller Coach begleite ich Dich auf Deiner persönlichen Transformationsreise. Von der ängstlichen Zweiflerin zur selbstbewussten Umsetzungsqueen. Intuitiv, authentisch, leicht. So schön, dass Du mit dabei bist und ganz viel Freude beim Zuhören. Ich liebe es, unterwegs zu sein, auf Reisen, neue Gegenden und Länder zu entdecken, mich mit anderen Menschen zu verbinden und zu beobachten, wie Menschen in anderen Ländern ihren Alltag leben, wie die Energie in einem anderen Land ist, was ihnen wichtig ist. Denn wenn man in seinem Alltag ist, hat man ja doch immer ein ähnliches Umfeld und irgendwann hat man das Gefühl, dass das Leben eben so ist, weil die Menschen, die einem nahestehen, ein ähnliches Leben führt wie man selbst. Deshalb schätze ich es so sehr, auf Reisen neue Impulse zu bekommen, wie man das Leben auch anders gestalten kann. Denn Du weißt natürlich, dass unser Kopf gern uns in einer sicheren Komfortzone haben möchte. Deshalb bauen wir uns mit der Zeit eine Komfortzone, die vielleicht nicht ganz ideal ist, aber die sicher ist, in der wir vermeintlich alles vorhersehen können. Doch mit der Zeit schleicht sich so ein Gefühl von Monotonie ein, der immer gleiche Alltagstrott. Vielleicht kennst Du diesen Ausdruck von, oh, ich brauche mal wieder einen Tapetenwechsel. Einfach mal etwas anderes sehen, andere Impulse zu bekommen. Denn selbst wenn man beruflich oder auch familiär immer wieder neue Herausforderungen zu meistern hat, ist es doch eher das Gefühl, was wir vermissen, wenn wir auf Reisen sind. Doch auch Reisen kann zum Alltag werden. Als ich 2015 als Volontär auf den Philippinen war, hatte ich ganz viele Gelegenheiten, wundervolle Strände zu sehen, unterschiedliche Natur zu erleben, bin wirklich fast jeden Monat mindestens einmal irgendwo hingereist. Doch auch das wurde dann tatsächlich etwas zu meinem Alltag. Irgendwann habe ich den hundertsten schönen Strand nicht mehr sehen können, weil ich es eben schon gewohnt war. Es war für mich meine neue Komfortzone gewesen. Zurück in Deutschland hatte ich erstmal einen Reverse-Culture-Schock. Ich musste mich erstmal wieder an die deutsche Mentalität, die deutsche Kultur gewöhnen. Auch wieder an mein Umfeld, weil ich ein Jahr lang wirklich komplett in einer für mich anderen Welt gelebt habe und mich so gut angepasst habe an die Gegebenheiten auf den Philippinen. Und dadurch, dass ich etwas reisemüde in dieser Zeit geworden bin, war ich seitdem nicht mehr ganz so viel unterwegs. Doch irgendwann kam wieder dieses Bedürfnis, unterwegs zu sein. Ich hatte schon immer eher Reisefieber anstatt Heimweh. Ich habe immer geglaubt, dass es dieses, ich muss irgendwo hin, ich muss ganz viel Neues entdecken und erleben ist, was ich so sehr brauche. Doch mit der Zeit habe ich erkannt, dass es viel mehr dieses Gefühl ist, was ich auf Reisen habe, was ich im Alltag ganz oft vermisse. Denn natürlich kann man ganz viele Erlebnisse sammeln, viele neue Menschen kennenlernen. Und doch ist am Ende das, was bleibt, das Gefühl. Denn wir Menschen wollen uns auf eine gewisse Art und Weise fühlen. Und das ist eben das Entscheidende, was viele Menschen eben mit Reisen verbinden. Das Gefühl von Freiheit, das Gefühl aus dem Alltag auszubrechen, das Gefühl eine ganz andere Facette von sich leben zu können. Dabei ist es nicht so, dass wir ein komplett anderer Mensch auf Reisen werden. Denn egal, wo du bist, du nimmst dich überall hin mit. Selbst am schönsten Strand der Welt kannst du dich irgendwie einsam und verloren fühlen. Selbst im schönsten 5-Sterne-Resort kann es Menschen geben, die dort unglaublich auf den Geist gehen. Das ist zu Hause genauso wie auf Reisen. Natürlich möchte man gern einmal komplett anders sein. All den Stress und Ballast hinter sich lassen. Doch diesen Stress und Ballast, den wir empfinden, hat eben ganz oft mit unserer eigenen Wahrnehmung zu tun. Und diese Wahrnehmung verändert sich auch nicht sofort auf Reisen. Um wirklich entspannter und gelassener mit dem Leben umgehen zu können, braucht es wirklich mehr Zeit als den Urlaub von 2 oder 3 Wochen. Nicht jeder kann sich den Luxus erlauben, mehrere Monate oder vielleicht sogar Jahre am Stück irgendwo unterwegs zu sein. Viele Menschen träumen von einer Weltreise, weil sie sich davon etwas erhoffen. Sie sehen es auch in ihrem privaten Umfeld oder auf Social Media, dass es inzwischen etwas völlig Normales ist, was vielleicht vor ein paar Jahrzehnten noch als waghalsiges Abenteuer gegolten hat. Aber auch hier ist es wichtig, sich einmal zu fragen, warum man diesen Wunsch in sich überhaupt trägt. Was soll dir die Reise denn geben? Denn ich kenne tatsächlich auch Menschen, die für sich auf Reisen festgestellt haben, dass es nicht diese Art ist, wie sie im Leben sein wollen, dass es ihnen wichtiger ist, mehr Stabilität zu haben, an einem festen Ort zu sein und eben nicht jeden zweiten oder dritten Tag irgendwo anders hinzureisen. Wenn man ganz viele Eindrücke hat, kann das Gehirn das auch nicht mehr ganz so gut filtern. Dann ist es eigentlich schon fast egal, in Anführungsstrichen, an welchem schönen Ort auf der Welt man sich gerade befindet. Anfang April diesen Jahres war ich mit einer Freundin gemeinsam in Spanien unterwegs gewesen. Wir waren erst in Madrid und haben dann eine gemeinsame Freundin in Valencia besucht. Und es ist genau das, wie ich gern unterwegs bin. Ich mag es nicht, die ganze Zeit an einem Ort zu sein, sondern ich muss immer wieder ein bisschen in Bewegung sein. Und selbst wenn ich in einem Land bin, möchte ich mehr als nur einen Ort besuchen. Als es dann langsam nach Hause ging, spürte ich so eine unglaubliche Traurigkeit. Eigentlich wollte ich dieses Gefühl von Ich bin auf Reisen gern noch ein wenig konservieren. Mir ist bewusst geworden, warum ich diese tiefe Traurigkeit plötzlich empfunden hatte, als ich an meinen Alltag und die anstehenden Termine gedacht habe. Nicht, weil ich mich nicht auf die Termine freue, sondern weil ich dieses Gefühl, was ich in dieser Zeit in Spanien hatte, einfach so gern auch im Alltag fühlen möchte. Als ich so darüber nachdachte, sind mir drei wichtige Erkenntnisse gekommen, die ich unbedingt auch im Alltag leben möchte. Erkenntnis Nummer eins, ganz präsent zu sein im Hier und Jetzt. Im Alltag ist es bei mir oft so, dass ich gedanklich schon an das nächste To-Do denke, häufiger meine Nachrichten und E-Mails checke. Das sind schon wie fest eingefahrene Muster in meinem Leben. Gleichzeitig merke ich aber auch, dass sie mich unglaublich stressen. Auf Reisen ist es so, dass ich immer mal nur ganz sporadisch meine Nachrichten überprüfe, weil ich viel mehr in dem Moment bin. Ich bin nicht gedanklich schon beim nächsten Adventure, sondern fokussiere mich ganz auf das Hier und Jetzt, weil ich die Umgebung, das Neue, das Unbekannte, Fremde gern mit allen Sinnen aufsaugen möchte. Und ich auch merke, wie gut es mir tut, nicht ständig meinem Verstand in Richtung Vergangenheit oder Zukunft zu folgen, sondern wirklich einfach den jetzigen Moment zu genießen. Denn Genuss ist nichts, was ich in der Zukunft irgendwann empfinden kann, sondern Genuss kann ich genauso gut schon jetzt im Hier und Jetzt empfinden. Gleichzeitig ist es auch dieser Fokus auf mich. Auf Reisen denke ich nicht so sehr an die anderen. Das klingt jetzt vielleicht für die ein oder andere etwas egoistisch, aber ich ertappe mich im Alltag ganz oft dabei, dass ich gedanklich mich auch noch um meine Liebsten kümmere und versuche, deren Probleme zu lösen. All das tue ich auf Reisen nicht. Natürlich denke ich auch an meine Liebsten und melde mich von Zeit zu Zeit, dass alles in Ordnung ist. Aber es ist nicht so, dass ich permanent darüber nachdenke, weil ich weiß, dass alles in Ordnung ist und dass es gar nicht immer mein Zutun braucht, um die Dinge in die entsprechenden Bahnen zu lenken. Auf Reisen habe ich zwar mein Smartphone öfter in der Hand, einfach um ganz viele Bilder zu machen oder um mich durch die unbekannte Gegend zu navigieren, aber tatsächlich ist es so, dass ich viel weniger darauf schaue, ob ich eine Nachricht bekommen habe oder was auf Social Media gerade los ist. Tatsächlich kann ich dann sehr, sehr gut von dieser digitalen Welt abschalten. Ich merke auch, dass es mir tatsächlich gar nicht so wichtig ist, was online gerade passiert und dass ich immer alles mitbekommen muss. The Fear of Missing Out ist etwas, was ich aus meinem Alltag ganz oft beobachte, aber tatsächlich auf Reisen gar nicht so habe. Weil ich eben diese Präsenz im Hier und Jetzt habe, ist es mir gar nicht so wichtig, was sonst noch im Leben der anderen alles vermeintlich Wichtiges oder doch nicht so Wichtiges passiert. Dadurch, dass ich auch gedanklich mehr im Hier und Jetzt bin, überlege ich nicht, was sind die nächsten Schritte, die ich jetzt tun muss oder was sind die nächsten To-Dos, die ich schon mal gedanklich vorbereite, sondern ist es vielmehr so, dass ich meinen Geist öffne. Dadurch, dass natürlich auch ganz viele neue Reize auf mich einströmen, ist es viel, viel leichter, mich diesen zu öffnen, anstatt gedanklich an etwas festzuhalten, was ich jetzt gerade auch gar nicht beeinflussen kann. Erkenntnis Nummer 2 Leichtigkeit spüren Ganz oft im Alltag ertappe ich mich, dass durch diese vielen To-Dos und die vielen Termine sich manchmal so eine Schwere einstellt, dass ich ganz oft irgendwie erschöpft bin, weil es mir doch etwas zu viel ist, weil ich mir mal wieder zu viel zugemutet habe an einem Tag oder geglaubt habe, ich müsse viel mehr erledigen, als mein Energielevel gerade zulässt. Struktur ist einerseits wichtig, doch manchmal kann der immer gleiche Tagesablauf auch zu Monotonie oder gar Langeweile führen. Und ja, manchmal ist der Alltag auch herausfordernd und anstrengend, dann passieren innerhalb kürzester Zeit ganz viele unerwartete Dinge, um die man sich plötzlich auch noch kümmern muss. Und auf Reisen spüre ich das nicht oder weniger. Natürlich hat man auf Reisen auch Dinge, um die man sich kümmern muss. Es sind natürlich etwas andere Dinge, wie den Weg vom Flughafen zur Unterkunft suchen, zu überlegen, wo man essen gehen möchte. Die erst auf langer Reise irgendwann zur Routine und zum Alltag werden. Im Alltag setze ich mich selbst ganz oft unter Druck. Vor allem, wenn es darum geht, viele Dinge zu erledigen und am besten zeitnah. Diesen Druck mache ich mir auf Reisen nicht. Tatsächlich hat sich mein Reiseverhalten über die Jahre auch verändert. Früher war ich so, dass ich noch das gesamte Touri-Programm absolvieren wollte, möglichst viel in kurzer Zeit sehen. Das ist mir inzwischen gar nicht mehr so wichtig. Ganz ehrlich, es geht mir vielmehr darum, dieses Lebensgefühl aufzusaugen von der Umgebung und auch eben diese Leichtigkeit zu spüren. Dann aufzustehen, wenn mir danach ist und nicht, weil ich um 5 Uhr morgens die Sonnenaufgang-Tour gebucht habe. Natürlich ist das auch mal drin, aber viel wichtiger ist mir wirklich dieses Go with the Flow, was ich schon auf die Philippinen so geschätzt habe und im Alltag ab und zu vernachlässige. Den inneren Impulsen zu folgen anstatt einem festen Zeitplan. Dann zu frühstücken, wenn mir danach isst und nicht, weil es jetzt gerade irgendwie zwischen zwei Terminen reinpasst. Einfach durch die Stadt zu schlendern oder am Strand sich zu sonnen, ohne etwas zu tun und auch ohne zu erwarten, etwas tun zu müssen. Weil früher war ich die Person, die geglaubt hat, wenn ich schon in einem Land bin, muss ich all die wichtigsten Sehenswürdigkeiten wenigstens einmal besucht haben. So, als ob man einen Haken machen könnte. Ja, habe ich auch mal in der Realität gesehen. Doch in Erinnerung bleiben mir tatsächlich die Begegnungen mit Menschen, die unerwarteten kleinen Situationen oder das wundervolle Café, was man durch Zufall irgendwie entdeckt hat, weil man versehentlich die falsche Abbiegung genommen hat. Es sind nicht diese großen, wichtigen Museen oder historischen Gebäude für mich persönlich. Und so ist es ja eigentlich auch im Leben. Es sind nicht immer diese ganz großen Ereignisse, die uns so viel geben, sondern im Alltag sind es viel, viel mehr diese kleinen Momente, an denen man schon fast vorbeiläuft, die einem aber so viel geben. Was ich mir auch auf Reisen erlaube, ist die Langsamkeit, was dazu führt, dass ich mich auch viel leichter fühle. Denn weil ich mich gern mal selbst unter Druck setze, gerate ich auch manchmal in eine Hektik, die eigentlich gar nicht notwendig ist. Weil ich im Alltag so oft das Gefühl habe, dass die Zeit viel zu schnell verrennt. Auf Reisen ist es nicht so. Da habe ich das Gefühl, dass die Zeit irgendwie langsamer wird. Natürlich ist das nicht so, weil Zeit ja immer gleich ist. Es ist einfach nur unser Empfinden, ob Zeit schnell oder langsam vergeht. Auf Reisen erlaube ich mir deshalb ganz bewusst, ganz in Ruhe und ganz entspannt zu sein. Und je nachdem, was für eine Reisebegleitung man hat, darf man sich ja auch auf deren Tempo einlassen. Plötzlich empfinde ich Langsamkeit gar nicht mehr als etwas Negatives. Im Alltag bin ich viel zu oft ungeduldig mit mir oder auch mit anderen. Mir geht es einfach nie schnell genug. Doch auf Reisen ist es vollkommen in Ordnung, wenn ich mich einfach dem Flow des Lebens hingebe. Wenn du selbst ganz oft im Hustle-Modus unterwegs bist, dich selbst unter Druck setzt und das Gefühl hast, der Zeit hinterher zu rennen, dann vereinbare dir jetzt deine unverbindliche Tiefenanalyse über den Link in den Shownotes. Gemeinsam finden wir heraus, wie du die Leichtigkeit auch in deinem Alltag etablieren kannst. Ganz gleich, wie stürmisch es gerade im Außen ist. Dann kommen wir zur wichtigsten Erkenntnis überhaupt für mich. Vertrauen ins Leben. Grundsätzlich bin ich ein Mensch, der gern die Fäden in der Hand hält. Im Alltag habe ich gern den Überblick über alles, was ansteht. Doch auf Reisen fällt es mir leicht, die Kontrolle abzugeben. Ich gebe mich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, dem Flow des Lebens hin. Denn ganz gleich, wie gut man sich im Vorfeld auf eine Reise vorbereitet, was inzwischen ja auch ziemlich einfach ist, durch genügend Reiseblogs und Google Maps gibt es trotzdem noch einige Unsicherheiten, die man eigentlich erst vor Ort planen kann. Auf Reisen habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es sich lohnt zu vertrauen. Gerade, wenn man zum Beispiel noch nicht genau weiß, wie man vom Flughafen zur Unterkunft kommt. Man hat zwar so grob recherchiert, aber wie das dann genau vor Ort die Gegebenheiten sind, das weiß ich noch nicht. Und während ich noch im Flugzeug sitze, bin ich vollkommen entspannt, weil ich weiß, es wird irgendwie funktionieren. Als ich in April in Spanien war, habe ich meine Freundin erst am Flughafen in Madrid getroffen. Weder wussten wir, wo genau wir rauskommen, noch wie wir uns finden sollten. Und trotzdem hat es super easy geklappt, weil wir beide im Vertrauen waren, dass es funktioniert. Tatsächlich hat sich mein Vertrauen auf Reisen immer ausgezahlt. Mich amüsiert es immer sehr, wenn meine Liebsten sagen, ja hoffentlich geht alles gut, hoffentlich bekommst du auch immer deine Anschlussverbindung und ich denke so, ja natürlich bekomme ich meine Anschlussverbindung. Ich habe in meinem Leben noch nie die Erfahrung gemacht, dass das nicht funktioniert hat. Und natürlich weiß ich, dass unvorhergesehene Dinge dazwischen kommen können. Aber ich bin im tiefen Vertrauen, dass alles so wird, wie ich es mir vorgestellt habe. Oder sogar noch besser, denn die Option gibt es ja immer. Nicht nur, dass ich auf Reisen dem Leben mehr vertraue, sondern auch den Menschen, die mir begegnen. Eigentlich bin ich immer anfangs, wenn ich jemanden noch nicht kenne, ziemlich misstrauisch und eher etwas zurückhaltend. Auf Reisen bin ich viel offener und auch neugieriger, was die Menschen angeht. Ich habe auch tatsächlich immer gute Erfahrungen gemacht, wenn mir Menschen begegnet sind. Dieses Vertrauen habe ich tatsächlich während meiner Zeit auf den Philippinen entwickelt. Denn die touristische Infrastruktur war zu der Zeit noch nicht ganz so gut ausgebildet wie in anderen Ländern. Und ganz oft musste ich mich dann vor Ort irgendwie durchfragen und schauen, wie ich von A nach B komme. Und mir sind immer wundervolle Menschen begegnet, die mir dann weitergeholfen haben. Und genauso ist es eigentlich auch im Leben, wenn wir uns dafür öffnen. Es kommen immer wieder wundervolle Menschen ins Leben, die einen weiterhelfen, die einen unterstützen, inspirieren. Wir dürfen dafür offen sein. Genau das ist die größte Herausforderung. Dieses Gefühl, was man auf Reisen hat, mit nach Hause zu nehmen. Denn ganz oft ist es so, und vielleicht hast du dieses Phänomen auch schon einmal beobachtet, dass man ganz schnell wieder zurück im Alltag ist. Vielleicht wirkt der Effekt von der Reise, dass man sich leicht fühlt, dass man präsenter ist und mehr im Vertrauen, noch so zwei, drei Tage nach. Doch sobald man wieder in seinen Routinen drin ist, der Koffer ausgepackt, die Wäsche gewaschen und wieder im Schrank eingeräumt ist, dass man wieder in seine alten Muster verfällt. Bei mir ist es so, dass ich dann wieder häufiger aufs Smartphone schaue, häufiger überprüfe, ob Nachrichten eingehen, wieder mehr auf Social Media bin und wieder irgendwie schneller im Zeitempfinden werde. Was mir dabei hilft, nicht in diese alten Muster hinein zu verfallen, ist mir immer wieder bewusst zu machen, welches Gefühl mir die Reise gibt. Denn natürlich könnte ich auch sagen, ich muss jetzt ganz schnell wieder auf Reisen, um dieses Gefühl zu empfinden. Doch Leichtigkeit kann ich auch im Alltag empfinden. Bewusst mich zu entscheiden, präsent im Moment zu sein und nicht meinen Gedanken hinterher zu jagen, das ist auch eine Entscheidung, die ich jederzeit treffen kann. Dabei ist die Umgebung gar nicht so entscheidend. Und dazu möchte ich dich einladen, dir einmal bewusst zu machen, was dir Reisen gibt, welches Gefühl du da empfindest und was genau es ist, was dich immer wieder am Reisen fasziniert, neben natürlich neuen Ländern, anderen Kulturen. Wie sind deine Verhaltensweisen auf Reisen? Was tust du auf Reisen, was du im Alltag nicht tust? Wenn du dir dessen bewusst bist, kannst du dieses Reisegefühl auch im Alltag integrieren. Herzlichen Dank für dein Vertrauen. So schön, dass du mit dabei warst. Abonniere sehr gern den Podcast Intuitionsgeflüster in der Podcast-App deines Vertrauens, um regelmäßig wertvolle Impulse für deine persönliche Weiterentwicklung zu erhalten. Bis zur nächsten Folge. Go with the flow. Alles Liebe, deine Christine.